Zum nächsten Tagesordnungspunkt an diesem Donnerstagnachmittag. Da steht eine Änderung der Parteienfinanzierung hier auf der Agenda. Der Hintergrund, zweimal sind die Bundesländer ja damit gescheitert, die NPD vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Jetzt geht die Große Koalition hier im Bundestag einen anderen Weg. Die NPD soll kein Geld mehr aus der Staatskasse bekommen, nach dem Motto austrocknen statt verbieten. Und so soll über eine Änderung des Grundgesetzes die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden. Mehr dazu hören wir jetzt erstmal in der Debatte. Der erste Redner Stefan Habat für die Unionsfraktion. Gleis 17, Waggon 1, rein und ab. Mit diesem Satz antwortete im Jahr 2015 ein Kreisrat der NPD auf die Frage von Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was mit straffälligen Asylsuchenden geschehen solle. Das Gleis 17 im Bahnhof Berlin-Grunewald steht heute symbolisch für die Deportation der Berliner Juden. Von dort fuhr der erste Transport, mit dem in den Jahren von 1941 bis 1945 rund 50.000 Berliner Juden vor allem in das Konzentrationslager Theresienstadt und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Die widerliche Einlassung des NPD-Funktionärs steht exemplarisch für das Denken und Handeln seiner Partei. Sie missachte die Menschenwürde. Sie will unsere freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigen. Ihr biologistischer Rassismus, ihr militanter Antiliberalismus, Anti-Individualismus und Antisemitismus begründen eine Wesensverwandtschaft zur NSDAP. Gleichwohl wird die Arbeit dieser Partei bis heute ganz wesentlich aus Steuergeldern finanziert. Denn nach dem Parteiengesetz erhalten alle Parteien, die bei Parlamentswahlen einen bestimmten Anteil von Stimmen auf sich vereinigen, staatliche Mittel zu ihrer Finanzierung. In den letzten Jahren waren das im Falle der NPD mehr als 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Mit dem Gesetz, das wir heute beschließen, werden wir die Grundlage dafür legen, um der NPD diese Finanzierung entziehen zu können. Denn jeder Cent für die NPD ist 1 Cent zu viel. Lange Zeit ist sehr kontrovers diskutiert worden, ob ein solcher Ausschluss von der staatlichen Teilfinanzierung zulässig ist, weil er tief in die verfassungsrechtlich gesicherte Stellung der politischen Parteien eingreift und ihre Chancengleichheit beeinträchtigt. Diese Kontroverse hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 17. Januar 2017 entschieden, als es darauf aufmerksam machte, dass es dem verfassungsändernden Gesetzgeber sehr wohl freistehe, neben dem Parteiverbot weitere Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Parteien mit verfassungsfeindlichen Zielen zu schaffen. Der Bundesrat auf der einen Seite, die Fraktionen von CDU, CSU und SPD auf der anderen Seite haben diesen Hinweis mit zwei Gesetzesinitiativen aufgegriffen, die die gleiche Zielsetzung verfolgen. Unser Gesetzentwurf erscheint mir insbesondere deshalb vorzugswürdig, weil er neben dem Wegfall der staatlichen Teilfinanzierung und der steuerlichen Begünstigungen für Parteien auch den Wegfall der steuerlichen Begünstigungen von Zuwendungen an verfassungswidrige, aber nicht verbotene Parteien regelt. Klar ist dabei auch, der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien kann nur eines von vielen Instrumenten sein, mit denen die wehrhafte Demokratie sich gegen jede Form von Extremismus verteidigen muss, und zwar gleichgültig, ob dieser Extremismus vom Linken oder vom rechten Rand des politischen Spektrums kommt. Die Möglichkeit des Ausschlusses von der staatlichen Teilfinanzierung ist ein wichtiges Signal in einer Zeit, in der das rechtsextremistische Personenpotenzial nach einem jahrelangen Rückgang wieder Zulauf erhält und sich sein linksextremistisches Pendant auf einem zu hohen Niveau stabilisiert. Der Ausschluss einer Partei von der staatlichen Teilfinanzierung greift in gravierender Weise in die verfassungsrechtlich gesicherte Chancengleichheit von Parteien ein. Es bedarf deshalb eines Verfahrens, das so ausgestaltet sein muss, dass nicht einmal der Anschein entstehen kann, dass ein solcher Ausschluss von anderen Parteien dazu instrumentalisiert werden soll, um sich missliebiger Konkurrenz zu entledigen. Es ist deshalb richtig und wichtig, dass allein das Bundesverfassungsgericht über den Ausschluss entscheiden wird und andere Ideen, die zunächst ventiliert worden waren, nicht weiter verfolgt wurden. In den parlamentarischen Beratungen sind zwei Korrekturen vorgenommen worden. Der Gesetzentwurf sah ursprünglich eine Frist von vier Jahren vor, nach deren Ablauf die sanktionierte Partei eine Überprüfung verlangen kann. Wir werden diese Überprüfung nun so ausgestalten, dass es nach einer Frist von sechs Jahren zu einem automatischen Erlöschen des Ausschlusses von der staatlichen Finanzierung kommt, verbunden mit der Möglichkeit, für die antragsbefugten Stellen eine Verlängerung des Ausschlusses zu beantragen. Auf diese Weise bleiben Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag Herren des Verfahrens. Darüber hinaus werden wir zweitens durch den Änderungsantrag den Ausschluss von der Teilfinanzierung auch auf Ersatzparteien erstrecken, um Umgehungsversuchen entgegenzutreten. Ich wünsche dem Gesetzentwurf eine breite Zustimmung, würde mich freuen, wenn auch die beiden Oppositionsfraktionen diesen Vorschlägen zustimmen und wir damit gemeinsam die wehrhafte Demokratie in Deutschland stärken können. Als Unionsfraktion erwarten wir, dass nach Inkrafttreten des Gesetzes mit einem gründlich vorbereiteten Antrag zeitnah ein Verfahren zum Ausschluss der NPD aus der Teilfinanzierung auf den Weg gebracht wird. Und ich persönlich möchte dafür werben, dass dies mit Beteiligung dieses Hohen Hauses geschehen kann. Herzlichen Dank. Bundestag und Bundesrat haben Gesetzentwürfe vorgelegt, die eine Änderung des Grundgesetzes vorsehen, mit dem Ziel, dass die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Darüber muss mit zwei Drittel Mehrheit hier heute abgestimmt werden. Die Oppositionsfraktionen sind skeptisch. Die Linke beispielsweise hören wir jetzt weshalb von Ulla Jelpke. Nicht länger gefördert werden, das ist der Kern der Gesetzentwürfe, die wir heute hier besprechen. Ich will vorausschicken, der Entzug der Parteienfinanzierung ist zweifellos ein schwerer Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien. Es geht im Fall der NPD, wir haben es eben schon gehört, darum, dass sie mehr als eine Million Euro im Jahr bekommt. Deren Verlust wird sie schwer treffen. Da werden wir wahrscheinlich alle hier sagen, im Saal, recht so. Aber wir müssen natürlich die rechtlichen und politischen Fragen ernst nehmen, die sich ergeben, wenn man eine Partei, die nicht verboten ist, von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließt. Die Linke hat es sich in der Tat nicht leicht gemacht. Wir haben ausführlich darüber diskutiert und wir haben sogar bei der Sachverständigenanhörung jemanden eingeladen, der ein expliziter Kritiker dieser Neuregelung ist. Herr Ligti hat dabei betont, dass das Grundgesetz keine, ich zitiere, verfassungstreue Pflicht der Partei kennt und demokratiefeindliche Parteien deswegen nicht schlechter gestellt werden dürfen. Für einen Teil meiner Fraktion ist dieses Argument so gewichtig, dass sich einige Abgeordnete heute enthalten werden. Eine Mehrheit in meiner Fraktion nimmt dieses Argument ebenfalls sehr ernst, möchte ihm aber entgegenhalten, es gibt auch keine Pflicht der Gesellschaft, Parteien zu finanzieren, die eben demokratische Grundrechte einschränken wollen beziehungsweise sogar einem Land das Existenzrecht absprechen und eine dermaßen faschistische Ideologie verbreiten. Das Grundgesetz selbst kennt ja das Verbot einer Partei. Von daher liegt es auf der Hand, dass man auch eine minderschwere Sanktion wie den Entzug staatlicher Wahlkampfkostenerstattung zulassen kann. Immer vorausgesetzt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung trifft und so steht es ja auch in der Gesetzesvorlage. Für mich jedenfalls ist Faschismus keine Meinung im demokratischen Wettbewerb, sondern ein Verbrechen und Verbrechen dürften sich nicht lohnen. Deswegen sagt man den Fraktionen, in Einheit und in Mehrheit sollen Nazi-Parteien keinen Cent mehr vom Staat bekommen und niemand, der Nazi-Parteien Geld spendet, soll das von der Steuer absetzen dürfen. Und meine Damen und Herren, ich möchte kritisch anmerken, dass die jetzt vorgesehene Geltungsdauer eines Finanzierungsverbots von sechs Jahren schon sehr lang ist. Mein Kollege hat das eben erläutert. Das sind die Änderungen, die vorgenommen wurden. Ich denke, dass nach vier Jahren so ein Zeitpunkt gekommen ist. Und von daher, weil ja sowieso das Verfassungsgericht entscheiden soll, finden wir es auch nicht richtig, dass nicht einmal mehr eine mündliche Anhörung stattfinden soll. Und meine Damen und Herren, abschließend möchte ich noch einen Punkt, in dem wir uns sehr einig sind in meiner Fraktion, hier deutlich sagen. Was wir heute beschließen, kann kein Ersatz sein für eine entschlossene Politik gegen Rechtsextremisten und neofaschistische Parteien. Wir müssen allen entgegentreten, die Menschen nach zweierlei Maß und sie auf Grundlage von Religion, Herkunft oder anderer Äußerlichkeiten unterschiedlich behandeln wollen. Wir lehnen jede Form von Rassismus, jede Form von gruppenbezogener Menschlichkeit ab. Wir müssen auch jenen entgegentreten, die zum Beispiel die Flüchtlingsfrage immer wieder zum Anlass nehmen, dumpfe Wahlkampfparolen von sich zu geben. Und deswegen sage ich zum Schluss, unsere heutige Entscheidung muss Verpflichtung sein, endlich mehr in dieser Gesellschaft gegen Rassismus und gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit zu tun. Sonst werden wir weder Demokratie noch Frieden haben. Ich danke Ihnen. Ulla Jebke war das für die Linke, deren innenpolitische Sprecherin. Ja, 2016 hat die NPD rund 1,1 Millionen Euro aus Steuergeldern erhalten. Das bemisst sich ja nach den Wahlergebnissen aus den letzten Europa-Bundes- und Landtagswahlen, Parteispenden und den Beiträgen der Mitglieder, die dann entsprechend vergolten werden, aus Steuergeldern. Gabriele Vograscher jetzt in der Debatte, in der Aussprache für die SPD-Fraktion. Bei der Parteienfinanzierung ist eine mehr als groteske Situation entstanden. Wir finanzieren bis heute mit Steuermitteln eine Partei, die NPD, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft wurde. In dem Urteil vom Januar dieses Jahres heißt es, ihre Ziele und das Verhalten ihrer Anhänger verstoßen gegen die Menschenwürde und den Kern des Demokratieprinzips. Das Material, das für das Verbotsverfahren zusammengestellt wurde, zeigt, diese Partei hat menschenverachtende und rassistische Ziele. Sie lehnt unsere Demokratie und unsere Werte ab. Sie wurde vom Verfassungsgericht mit folgender Begründung nicht verboten. Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. Das Bundesverfassungsgericht hat uns als verfassungsändernder Gesetzgeber aber in der Urteilsbegründung den Hinweis gegeben, dass man verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Teilfinanzierung ausschließen kann. Das werden wir heute tun. Die NPD erhält mehr als eine Million Euro jährlich aus der staatlichen Teilfinanzierung. Mehr als eine Million Euro, um ihr menschenfeindliches Gedankengut und ihre antisemitische und rassistische Hetze zu verbreiten. Das ist unerträglich. Es ist auch für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar, dass eine Partei, die die staatliche Ordnung bekämpft, mit Steuermitteln finanziert wird. Jede in Deutschland zugelassene Partei nimmt an der staatlichen Teilfinanzierung teil. Für eingeworbene Spenden und für erzielte Stimmen bei Wahlen ab einer bestimmten Grenze erhält jede Partei Geld vom Staat. Zusätzlich sind die Parteien von der Körperschaftsteuer befreit und Zuwendungen können Spenderinnen und Spender steuerlich geltend machen. Parteien haben Verfassungsstatus. Sie wirken an der politischen Willensbildung mit. Sie sind unverzichtbare Elemente in einer Demokratie. Und für die vielfältigen Aktivitäten braucht eine Partei Geld. Sie erhält dieses aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden, aus Einnahmen, aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Und das Parteiengesetz regelt, dass sie Geld vom Staat erhält, um illegitime Einflussnahme zu verhindern und Chancengleichheit im politischen Wettbewerb zu ermöglichen. Es ist widersinnig, Parteien mit Steuergeldern zu fördern, die gegen diesen Staat agieren und auf der anderen Seite nicht genug Mittel für den Kampf gegen Extremismus zu haben. Und wie ich gestern bereits an einer anderen Stelle der Debatte angekündigt habe, wollen wir die Gelder, die wir durch der Partei jetzt durch diese Gesetzesänderung entziehen, in den Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus investieren. Über den Änderungsantrag hat Herr Habert schon gesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss einer Partei von der Finanzierung befristet für sechs Jahre feststellen soll. Dieser Ausschluss kann auf Antrag der ursprünglichen Antragsteller, also Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung, verlängert werden. Über den Verlängerungsantrag kann auch ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Ein unbefristeter Ausschluss, so wie er zunächst vorgesehen war, hätte so auf Antrag der betroffenen Partei alle vier Jahre überprüft werden können. Durch die jetzt vorgenommene Änderung behalten aber die Antragsberechtigten das Heft des Handels in der Hand. Die Feststellung des Ausschlusses von der staatlichen Finanzierung ist auch auf Ersatzparteien zu erstrecken. Und zu Begründung dieser Änderung erklärte der Sachverständige Herr Volkmann in der Anhörung, Man muss eine Regelung für Ersatz- und Nachfolgeorganisationen treffen. Sonst hat man das Problem, dass sich die NPD auflöst, im PDN umbenennt. So einen ähnlichen Fall hat es auch schon mal gegeben. Und die kann dann staatliche Finanzierung beanspruchen. Beim Parteienverbot erstreckt sich der Rechtsfolgenausschluss zwingend auch auf etwaige Ersatz- und Nachfolgeorganisationen. Das ist meines Erachtens etwas, was man für den Ausschluss von der Finanzierung unbedingt aufnehmen müsste. Dies haben wir aufgenommen und entsprechend geregelt. Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass eine Partei die Bestrebungen einer von der Finanzierung ausgeschlossenen Partei weiterverfolgt oder fortführt. Somit ist sie als Ersatzpartei ebenfalls von der Finanzierung auszuschließen. Für uns ist klar, die heutigen Änderungen sind keine Lexus-NPD. Die Änderungen werden für alle Parteien gelten, die sich gegen unsere Verfassung und unsere Werte stellen. Dieser Ausschluss ist für uns nur ein Baustein im Kampf gegen Extremismus. Wir lassen und wir dürfen da nicht nachlassen, den Kampf gegen Extremismus. Für uns ist durch diese Gesetzesänderung das Problem des Extremismus ganz und gar nicht erledigt. Im Gegenteil. Es war diese Koalition auf unsere Initiative hin, unserer Familienministerin hin, die Gelder für Prävention auf über 100 Millionen Euro verdreifacht hat. Wir werden die Forderungen des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus zügig umsetzen. Prävention, politische Bildung, Unterstützung von Projekten der Zivilgesellschaft, Extremismusforschung sind und bleiben dauerhafte Aufgaben für die Politik und die Gesellschaft. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesen Änderungen, damit die Unterstützung von Verfassungsfeinden mit Steuermitteln endlich ein Ende hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist meine letzte Rede in diesem Haus. Ich danke allen aus allen Fraktionen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbeiten durfte und allen, die mich in den letzten Jahren unterstützt haben. Und ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank. Applaus Wir wünschen natürlich auch Ihnen, Kollegin Vogtrascher, alles Gute bei der Umsetzung ihrer Pläne. Für die Zukunft. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Kollegin Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Renate Künast ist die Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wenn wir die Hand an das Grundgesetz anlegen, dann obliegt es uns wirklich seriös zu arbeiten, seriös mit kühem Kopf und klarem Verstand, weil es schließlich um die Prinzipien der Demokratie geht. Und Ihre Vorlage entspricht diesen Ansprüchen nicht. Wissen Sie, zugegebenermaßen, die NPD ist ein Feind der Verfassung. Sie ist auf der anderen Seite aber auch ein politischer Zwerg. Das wissen Sie. Und Sie gehen auf diesen politischen Zwerg, isoliert als Teil von Rechtsextremismus, Rechtsradikalität und Rechtsterrorismus in dieser Gesellschaft. Suchen Sie sich aus dem Gesamtpaket diesen Zwerg aus und wollen mal eben per Verfassungsänderung, ich sage mal eben per Verfassungsänderung, denen das Geld streichen und wollen damit suggerieren, das Problem sei gelöst. Es ist damit aber nicht gelöst. Ich habe eher den Eindruck, es geht um die Schmach der Innenminister, die zweimal groß begründet haben, aber am Ende das Verfassungsgericht Nein gesagt hat. Meine Damen und Herren, Sie suggerieren damit, dass das Problem aus der Welt geschafft wird, wenn diese eine Million Euro oder demnächst noch weniger nicht mal an die geht. Aber ich sage Ihnen, wir haben Pegida, wir haben die Nachlücke AfD, meine Damen und Herren. Das können Sie uns doch nicht ernsthaft verkaufen, dass damit jetzt ein Problem gelöst wäre. Und dann noch in diesem Tempo, meine Damen und Herren. Ich finde, in so einer Situation braucht man wirklich kühlen Kopfzeit, sonst kommen Fehlentscheidungen dabei raus. Ich will noch mal zitieren, was Herr Voskuhle gesagt hat in seinen einleitenden Worten. Es taugt ja später an ein, zwei Stellen noch mal im Urteil aus. Er hat gesagt am 17. Januar, ob in einer solchen Situation andere Reaktionsmöglichkeiten sinnvoll sind, wie zum Beispiel der Entzug der staatlichen Finanzierung, hat der verfassungsändernde Gesetzgeber zu entscheiden. Meine Damen und Herren, Sie haben aber nicht gesagt, dass daraus ein Zwang ist. Sie haben uns kein Datum gesetzt für irgendwas, sondern wir haben nur gesagt, dass Sie kein milderes Mittel als die Frage Verbot oder Nichtverbot haben. Und alles andere könnten nur wir, meine Damen und Herren. Das ist aber doch nicht Aufforderung, dann mal eben zum Ende der Legislaturperiode das Ganze zu schleifen. Wir haben auch in unserer Verfassung in Artikel 20 Absatz 2 sozusagen als Grundlage unserer Demokratie die freie und gleiche Willensbildung des Volkes. Und dazu gehört der 21, der sagt, dass die Parteien, die Mehrzahl als Antwort auf das, was in diesem Haus mal stattfand, im Reichstag, in sozusagen Unterherrschaft der NSDAP, die Ausgrenzung, die Verhaftung, hat man gesagt, die Parteien, die Mehrzahl wirken an der Willensbildung mit, meine Damen und Herren, und bei allem Ärger über die NPD an dieser Stelle. Wir machen eine Lex NPD, ein Einzelfallgesetz, sollte es bei der Verfassung nicht geben, sondern wir sollten uns überlegen, was das eigentlich im historischen Kontext bedeutet. Dem kann man nicht zustimmen. Weil nämlich der Artikel 21 tatsächlich Teil unserer Demokratie ist, meine Damen und Herren, wirklich Basis. Da organisieren sich die Bürger. Das Verfassungsgericht hat übrigens auch gesagt, weil sie gesagt haben, die haben verfassungsfeindliche, die NPD verfassungsfeindliche Kriterien erfüllen sie, aber es brauche den präventiven Schutz durch ein Verbot nicht, meine Damen und Herren, sondern die Kraft der freien Auseinandersetzung. Und da kann ich Ihnen mal sagen, für die Demokratie in diesem Land haben zum Beispiel neben vielen anderen die Bürgerinnen und Bürger in Leipzig gegen Legida mehr getan als diese Regelung heute. Die haben sich immer wieder aufgemacht und gekämpft. Das ist die Kraft der freien Auseinandersetzung. Diesen Rechtsextremismus lassen wir uns nicht gefallen, meine Damen und Herren. Sie setzen meines Erachtens ein fatales Zeichen in Richtung Demokratie. Mal einfach ein Grundprinzip abschaffen. Wir haben Hate Speech, wir haben neue Parteien, neue Bewegungen, meine Damen und Herren. Die Frage lautet doch, wie können wir in der Demokratie mit diesen Dingen umgehen? Wie können wir sie bekämpfen, meine Damen und Herren? Nicht mit einer NPD. Ich finde, wir bräuchten in der nächsten Legislaturperiode eine Kommission, die sich ausführlich mit dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts befasst, die sich mit dem Internet und dem Rechtsextremismus dort befasst, die sich mit Grenzen, Umfang, Parteienverbot, die sich aber auch beschäftigt bei allem Verdruss, den die Menschen äußern über Parteiendemokratie. Manche behaupten, die Parteien würden sich den Staat zur Beute machen. Mit der Frage, wie man im 21. Jahrhundert Demokratie gestaltet, auch über das Internet, meine Damen und Herren. Wer hier wählen darf, wenn er seinen Lebensmittelpunkt hat, ob Jüngere als 18-Jährige wählen dürfen, das alles, meine Damen und Herren, müssten wir diskutieren. Sie tun es aber nicht. Das würde Sinn machen und wäre angemessen. Lassen Sie mich einen letzten Satz sagen. Schauen Sie mal, so sieht der Artikel 21 Grundgesetz heute aus. Das Grüne ist das Positive, der Absatz 1, die Parteien wirken mit, das Rote ist die Verbotsregelung, meine Damen und Herren. 38 Wörter hat dieser erste Absatz. Und es steht in einem gewissen Verhältnis mit dem Roten, dem Verbot. Wenn Ihre Änderung durchkommt, bleibt das Grüne das Positive zur Parteiendemokratie bestehen, aber aus 38 Wörtern im zweiten Absatz beim Verbot werden 109 Wörter. 38 Wörter für die Demokratie, 109 Wörter dagegen, meine Damen und Herren. So sieht es dann aus. Das hat eine Schieflage. Und ich kann es Ihnen auch sagen, im digitalen Zeitalter. 275 Zeichen für die Demokratie, 855 Zeichen für Verbotsregeln. Meine Damen und Herren, ein aufrechter Gang von uns, ein breiter Kampf gegen Rechtsextremismus, eine gute Finanzierung. Machen Sie sich doch nichts vor. Die eine Million, die Sie meinen, der NPD entziehen zu können, das müsste aber auch das Bundesverfassungsgericht ja noch entscheiden. Mal sehen, ob Sie es tun würden, meine Damen und Herren. Diese Million geht doch nicht in die Projekte, sondern die geht in eine andere Partei, deren Namen Sie kennen. Sie müssen sich schon dazu bekennen, Demokratie durchzuhalten und neues Geld locker zu machen. Herr Renate Künast war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, große Vorbehalte hat sie hier noch einmal formuliert und versucht, noch einmal anschaulich darzustellen, weswegen die Grünen große Zweifel haben, in Artikel 21. Helmut Brandt spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ich kann mit meinem Beitrag wieder etwas Sachlichkeit und Ruhe in diese Debatte bringen. Die hat es nämlich auch nötig. Mit der Verabschiedung der hier vorliegenden Gesetzentwürfe hat das bislang geltende Alles-oder-nichts-Prinzip in Sachen staatlicher Parteienfinanzierung auch für verfassungsfeindliche Parteien ein Ende. Und das ist gut so, Frau Künast. Es ist ein Widerspruch einer Partei, die unsere Demokratie abschaffen will, Steuermittel zu geben und sie damit noch in diesem Ziel zu unterstützen, während wir gleichzeitig Steuermittel für die Bekämpfung eben jenes radikalen Gedankenguts ausgeben. Das ist ein Widerspruch, den wir hiermit auflösen wollen. Kritiker der hier vorliegenden Gesetzentwürfe sehen in dem Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der staatlichen Finanzierung einen unzulässigen Eingriff in den Grundsatz der Chancengleichheit. Richtig ist, dass unser Grundgesetz politischen Parteien eine besondere Rolle einräumt. Als verfassungsrechtlich garantierte Institutionen tragen sie zur politischen Willensbildung maßgeblich bei, indem sie unterschiedliche Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme anbieten. Die damit verbundenen Auseinandersetzungen muss eine Demokratie aushalten, um so einer möglichst großen Anzahl von Menschen ein politisches Recht auf Teilhabe zu garantieren. Das ist die eine Seite. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, es ist auch Aufgabe der Politik, die Demokratie vor Bestrebungen, diese zu zerstören, zu schützen. Das Parteiverbot wurde von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem Dritten Reich als Instrument zur Bekämpfung verfassungsfeindlicher Parteien eingeführt. Zu Recht stellen Grundgesetz und Rechtsprechung hohe Anforderungen an ein Parteiverbot. Im Zuge der Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowohl durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wie auch durch das Bundesverfassungsgericht ist aber im Verlauf der letzten Jahre noch das Erfordernis einer konkreten Gefahr hinzugekommen. Damit sind die Anforderungen an ein Parteiverbot noch weiter gestiegen. Denn die Frage, welche Gefahr von einer verfassungsfeindlichen Partei tatsächlich ausgeht, ist nur schwer zu beantworten. Deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir, muss die Politik zumindest unterhalb dieser Schwelle eines Parteiverbotes Sanktionsmöglichkeiten für extremistische Parteien haben. Nur so sind wir in der Lage, Instrumente der wehrhaften Demokratie auch zu erhalten. Dieses Spannungsfeld, das unbestreitbar besteht, haben wir nach meiner Meinung mit dem Gesetzentwurf gut gelöst. Wir haben Parteiprivilegien wie Versammlungsrecht oder Werbung eben nicht angetastet, sondern lediglich die staatliche Parteienfinanzierung. Und damit bleiben wir weit hinter den Auswirkungen eines Parteiverbotes zurück. Eben weil aber das Recht auf politische Teilhabe hoch ist und Parteien auch einem Wandel unterlegen, ist es halt nötig, den Ausschluss zeitlich zu begrenzen. Da ist eben schon drüber vorgetragen worden. Wir haben dies in dem Änderungsantrag verändert. Und ich bin der Auffassung, mit den sechs Jahren, die auch von den Sachverständigen in der Anhörung vorgeschlagen wurden und dem Antragsrecht der drei, nämlich Bundestag, Bundesrat und Bundestag, auf weitere Ausschlussdefinanzierung sind wir auch nach meiner festen Überzeugung einen verfassungsfesten Weg gegangen. Und lassen Sie mich eins sagen. Ich denke doch, dass allen demokratischen Parteien ein Grundkonsens verbindet, dem das Wertesystem unseres Grundgesetzes und das Bekenntnis zu unserem demokratischen Rechtsstaat zugrunde liegen. Dies unterscheidet extremistische Parteien von demokratischen. Und genau dieser Unterschied rechtfertigt in meinen Augen auch, und das haben die Sachverständigen eindeutig bestätigt, die jetzt von uns vorgenommene Durchbrechung des Gleichheitsgebots und stellt einen hinreichenden Grund für eine Differenzierung in Sachen Parteienfinanzierung zwischen demokratischen und extremistischen Parteien da. Lass mich abschließend noch eins klären. Keiner von uns, Frau Künast, ist so naiv zu glauben, dass sich extremistische Grundeinstellungen mit dem Entzug der Teilfinanzierung für verfassungsfeindliche Parteien erledigen würden. Längst schon stehen andere extremistische Gruppierungen wie Kameradschaften, wie Antifa-Gruppen bereit. Und gerade auf kommunaler Ebene ist die NPD in eigenen Regionen stark verwurzelt. Politik und Gesellschaft stehen deshalb auch weiterhin in der Verantwortung. Die öffentliche Auseinandersetzung mit extremistischen Gruppierungen ist nicht nur ein wichtiges, sondern mit Sicherheit das wichtigste Mittel überhaupt im Rahmen der Bekämpfung. Dafür geben wir, Frau Vorratsch, Sie haben es eben erwähnt, sehr viel Geld aus. Allein vom Bundesfamilienministerium für die Initiative Demokratie leben in 2017 104,5 Millionen. Ein stolzer Betrag. Da kann man doch nicht sagen, Frau Künast, wie Sie es heute in der FAZ getan haben, wir würden zu wenig gegen Extremismus tun. Nun, nein, wir haben in den letzten Jahren diese Gelder verdreifacht. Ein Beweis, dass doch wir die Dinge richtig erkannt haben und auch bekämpfen. Und auch Ihr Vorwurf einer überalten Verfassungsänderung muss sich entschieden zurückweisen. Die Grundgesetzänderung wurde gründlich vorbereitet und durch die Änderungsanträge im Anschluss an die Sachverständige Anhörung noch einmal optimiert. Ein wirklich gutes Zeichen der gemeinsamen Bekämpfung von Extremismus wäre es, wenn alle Fraktionen diesem Gesetz ihre Zustimmung geben würden. Darum werbe ich. Dankeschön. Das sagt Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Und jetzt hören wir doch Matthias Schmidt für die Sozialdemokraten, während die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau darauf hinweist, dass es in dieser Aussprache noch zwei Redner gibt. Denn es ist etwas unruhig geworden, weil sehr viele Abgeordnete hier in den Plenarsaal hineinkommen. Denn es ist ja gleich eine Zweidrittelmehrheit gefordert. Denn das Grundgesetz soll verändert werden, dieser Artikel 21. Und deswegen müssen hier alle anwesend sein. Aber wie gesagt, jetzt geht es noch mal weiter hier in der Aussprache. Zwei Redner, jetzt erst mal Matthias Schmidt für die SPD. Frau Präsidentin, es ist mir eine Freude vor, voll im Haus reden zu können. Und da kann es auch ruhig ein bisschen unruhig und lebhaft werden. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Zuschauertribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn der Debatte eine Sache feststellen, die mir wirklich sehr wichtig ist. Das Gesetz, was wir heute beschließen wollen, ist ausdrücklich keine Lex NPD. Aber im Fall der NPD haben wir nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar diesen Jahres. Und ich war sowohl bei der mündlichen Verhandlung dabei, als auch bei der Urteilsverkündung. Und ich hätte mir sehr ein anderes Urteil gewünscht, wie möglicherweise viele hier im Haus. Gleichwohl, dieses Urteil, das ist ein wegweisendes Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich festgestellt, die NPD verfolgt verfassungsfeindliche Ziele, nämlich die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Aber die NPD besitzt keine Wirkmächtigkeit. Salopp gesagt, die wollen die Demokratie abschaffen, aber sie schaffen das nicht mal ansatzweise. Und zugleich hat das Bundesverfassungsgericht einen Weg eröffnet. Frau Grüners hat die Stelle schon zitiert. Es hat uns mit auf den Weg gegeben, wenn wir einer verfassungsfeindlichen Partei den Geldhahn abdrehen wollen, dann ist das Parteienverbotsverfahren nicht die einzige Möglichkeit dazu. Sondern der Verfassungsgesetzgeber hat die Möglichkeit, hier eine Änderung herbeizuführen. Und genau dieses plant heute die Große Koalition durchzuführen. Und das ist gut überlegt. Es stärkt im Übrigen die wehrhafte Demokratie, die wehrhafte Demokratie, die an vielen Stellen in unserem Grundgesetz durchscheint. Artikel 9 Absatz 2, M18, M20 Absatz 4 und selbstverständlich auch M21 Absatz 2. Und genau an dieser Stelle werden wir heute ein wenig nachschärfen. Und Frau Künast, ich habe mitgeschrieben, Sie haben gesagt, wir würden einfach mal ein Grundrecht abschaffen. Das ist kein Grundrecht, was wir da abschaffen. Das ist es nicht. Und die SPD-Fraktion hat sich das sehr gut überlegt, was sie hier macht. Denn zufällig heute jährt sich zum 84. Mal das Verbot der SPD durch die Nationalsozialisten. Am 22. Juni 1933 ist meine Partei verboten worden. Und wir gehen hier ganz sauber, sachlich, ruhig und kühl vor. Aber einer Partei, der das Bundesverfassungsgericht bescheinigt, die freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigen zu wollen, die hat keine Unterstützung durch die Demokratie verdient. Mir ist das unter anderem so wichtig, denn bei mir im Wahlkreis ist die Bundeszentrale der NPD. Und ich habe mit den Kollegen von der NPD, mit dem Bundesvorsitzenden, mit dem damaligen Udo Vogt zusammen in der Bezirksverordnetenversammlung gesessen. Und wir mussten uns da parlamentarisch auseinandersetzen. Das war auch in Ordnung. Aber die NPD hat eben mehr gemacht. Sie hat das Geld genutzt, um Kiezfeste zu organisieren, um Demonstrationszüge durchzuführen, um CDs vor Schulhöfen zu verteilen oder gar Kinderfeste zu veranstalten. Und genau dem wollen wir heute einen Riegel vorschieben. Und mit uns, mit den Demokraten, hat immer die Zivilgesellschaft mit auf der Straße gestanden und hat mit gegen die NPD demonstriert und gegen ihre Aktionen. Und diese Zivilgesellschaft braucht unsere Unterstützung. Die muss wissen, wir als Gesetzgeber stehen an ihrer Seite und wir tun alles, um rechtsextreme Bestrebungen zu bekämpfen. Und dieses wollen wir heute tun. Wir fügen dem Grundgesetz einen weiteren Mosaikstein hinzu für eine starke, streitbare Demokratie. Vielen herzlichen Dank. Matthias Schmidt war das für die Sozialdemokraten. Und als Letzter hat jetzt das Wort, bevor dann hier abgestimmt wird, über die entsprechenden Gesetzentwürfe. Volker Ullrich für die CDU-CSU. Er ist Mitglied im Rechtsausschuss. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschließen heute aus guten Gründen eine Änderung unseres Grundgesetzes. Zukünftig werden verfassungsfeindliche, aber nicht oder noch nicht verbotene Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung und der steuerlichen Begünstigung ausgeschlossen sein. Dies folgt einem einfachen Motto. Der Staat muss nicht diejenigen finanzieren, die ihn beseitigen wollen. Das Ganze wird in Artikel 21 des Grundgesetzes verankert. Und Artikel 21 ist mehr, Frau Kollegin Künast, als nur ein Sammelsurium von Buchstaben. Es ist die zentrale Norm der politischen Teilhabe in unserem Land. Und unsere Demokratie hält auch extreme und radikale Parteien aus, mit denen wir uns im politischen Wettbewerb messen müssen. Aber unser Grundgesetz hat auch aus historischen Erfahrungen heraus und aus bitteren Stunden ein Schutzschild um sich selbst gezogen. Das Machbare wird nicht allein durch die Mehrheit bestimmt, sondern durch den Kern unserer Verfassung. Durch Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wer Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit angeht und nicht zum Grundlage seines Handelns macht, der hat in unserer wehrhaften Demokratie keinen Platz und der darf auch nicht finanziert werden. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal die wichtigste Erkenntnis des Urteils vom 17. Januar in Erinnerung rufen. Nach ihrer Programmatik und Zielsetzung ist die NPD eine verfassungsfeindliche Partei, welche unsere Ordnung beseitigen möchte. Ein Parteiverbot wurde nicht ausgesprochen, weil sie nicht das Programm dazu hätte, sondern weil sie, und ich möchte sagen glücklicherweise, derzeit nicht in der Lage ist, Einfluss zu nehmen. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht eine weitere Kategorie definiert, nämlich die Kategorie der verfassungsfeindlichen, aber derzeit nicht relevanten Partei. Und es ist uns, diesem Gesetzgeber, unbenommen, auch auf diese neue Kategorie zu handeln und zu antworten. Und ich meine, wir müssen auch darauf antworten, weil es niemandem erklärbar ist, dass zukünftig rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische Sprüche und Plakate, die den Wesenskern unseres Grundgesetzes verletzen, dass diese Wahlwerbung auch noch durch den Staat finanziert wird. Das ist niemandem so richtig zu vermitteln. Und ja, es geht auch um die Chancengleichheit der Parteien. Und das ist ein wichtiger Verfassungsgrundsatz. Aber die Chancengleichheit findet dort ihre Grenzen, wo es Ansatzpunkte für eine verfassungsrechtlich zulässige Ungleichbehandlung gibt. Und diese verfassungsrechtliche Ungleichbehandlung findet ihren Kern in der Feststellung, dass eine Partei verfassungsfeindlich ist. Und wenn eine solche Partei verfassungsfeindlich ist, muss niemand noch ihre Finanzierung dulden. Das gilt für die NPD. Das wird aber durch diese Grundgesetzänderung und durch weitere Gesetzesänderungen auch für zukünftige extremistische Parteien gelten, egal ob von links oder von rechts. Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Sitzungswoche in diesem Hohen Hause viele notwendige und gute Grundgesetzänderungen beschlossen, die vielleicht in manchem Detail etwas technisch sind, die aber viele Milliarden bewegen und die sicherlich das Zusammenleben zwischen Bund und Ländern besser gestalten. Heute geht es um eine weitere, um eine andere Grundgesetzänderung, die vielleicht auf den ersten Blick nicht um viel Geld sich dreht, aber die ein wichtiges Symbol ist, nämlich dass wir keinen Meter breit den Feinden unserer Verfassung lassen, dass wir ein wichtiges Symbol für unsere wehrhafte Demokratie setzen und dass verfassungsfeindliche Parteien, auch wenn sie wenig Relevanz haben, nicht durch diesen Staat gefördert werden. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung und zwar von allen Parteien in diesem Haus zu dieser notwendigen und guten Grundgesetzänderung. Volker Ullrich war das für die CDU-CSU-Fraktion letzter Redner hier in der Aussprache. Jetzt soll also namentlich abgestimmt werden über den Gesetzentwurf zur Grundgesetzänderung und auch über das Gesetz, das dann die Parteienfinanzierung umorganisiert und jetzt gibt es von der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau noch, hat sie noch Rolf Mützenich von der SPD-Fraktion das Wort erteilt. Hören wir mal rein. Fraktion, noch mal auf die grundsätzlichen Bemerkungen der Kollegin Künast eingehen, die in ihrer Rede einen Zusammenhang konstruiert hat zu diesem Gesetzentwurf, der jetzt zur namentlichen Abstimmung steht, den ich für meine Fraktion eindeutig zurückweisen will. Sie haben behauptet, Sie haben behauptet, dass diejenigen, die diesen Gesetzentwurf heute unterstützen, sich der notwendigen Auseinandersetzung mit dem Faschismus, mit der NPD und mit anderen Extremisten entziehen. Sie haben hier behauptet, dass diejenigen, die in Leipzig oder in Dresden demonstrieren, mehr für den Kampf dagegen tun, als wir heute als Parlamentarier. Ich weise das zurück, insbesondere, weil ich in meinen Reihen der Sozialdemokratischen Partei viele Kolleginnen und Kollegen weiß, die von Mitgliedern der NPD angegriffen worden sind. Wir als Partei gehen zu einem Fraktionssaal an den Namen derjenigen vorbei, die sich gegen das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten bestemmt haben. In dieser Tradition stehen wir. Und ich sage Ihnen sehr eindeutig, liebe Kolleginnen, wir lassen uns nicht absprechen, dass wir auch gegen die NPD unabhängig von diesem Gesetzentwurf weiterarbeiten werden. Vielen Dank. Wolf Mützenich für die SPD-Fraktion mit einer Kurzintervention. Er bekommt hier sehr viel Beifall, nicht nur aus den Reihen der SPD-Fraktion, sondern auch aus den Reihen der CDU-CSU-Fraktion. Das Wort hat die Kollegin Renate Künast. Zur Erwiderung jetzt. Herr Kollege Mützenich, auch liebe Sozialdemokraten, ich habe vorhin gesagt, hier in diesem Saal sind Entscheidungen getroffen und in dessen Erinnerung sollten wir jetzt auch agieren. Ich habe überhaupt schon gar nicht der Sozialdemokratie abgesprochen, dass sie etwas erlitten hat und dass sie weiß, was Rechtsextremismus so heißt. Aber es ändert an der Stelle an einem nichts, dass ich der Meinung bin, dass diese isolierte Grundgesetzänderung ein weniger ist, als das Mutige immer wieder jede Woche auf die Straße gehen, sich der Debatte aussetzen, zum Beispiel in Leipzig. Und damit habe ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, niemanden von Ihnen abgesprochen, dass Sie alle, vielleicht viele von Ihnen, bei diesen Demonstrationen auch dabei sind. Das weiß ich auch von diversen aus diesem Haus, vielen sogar in diesem Haus. Darüber habe ich gar nicht infrage gestellt. Herr Lischka, ich mache mir Sorgen, und zwar an diesem Tag. Herr Lischka, ich mache mir Sorgen um die Grünen im Haus. Ich mache mir Sorgen, der mehr ist als diese NPD-Finanzierung, noch mehr als diese Finanzierung. Sie wissen, dass viele von diesen Menschen am Ende woanders hingehen werden. Wir werden sehr genau überlegen müssen, dass angesichts von weniger Parteienbindung, Verdruss über demokratische Prinzipien, wo Menschen nicht wählen gehen, Hate Speech und vielem anderen, wir einen Beitrag für Demokratie leisten. Menschen fragen sich, welche Spenden gehen an Parteien. Deshalb sage ich noch mal, ich fände es richtiger, wenn dieses Haus eine Kommission hätte, die sich mit Demokratie grundsätzlich beschäftigt und dann vielleicht auch diese Frage regelt. Ich halte das und würde es für einen echten Gewinn halten, meine Damen und Herren. Was ich nicht erleben will, ist, dass diese Regelung gegen uns gewandt wird. Es hat Politiker gegeben, die haben bei Hate Speech Menschen als Mob und Puck bezeichnet. Und am Ende standen die mit dem Schild da, wir sind das Pack und haben sich noch mehr zusammengeschlossen. Wenn wir für die, ja, zum Beispiel mit dem Geigen, ich habe auch viel Hate Speech bekommen, aber auch der Hass gegen die Ungerechtigkeit, hat Bert Brecht gesagt, verzehrt die Züge. Wir müssen denen zeigen, dass wir zu Demokratie stehen, zu demokratischen Inhalten und demokratischen Verfahren. Die Aufgabe ist größer als dieser eine Satz des Bundesverfassungsgerichts. Ich schließe die Aussprachen. So, jetzt ist die Aussprache definitiv geschlossen von der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Jetzt geht es also an die Abstimmung über den Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, wie schon mehrfach erwähnt, mit nötiger Zweidrittelmehrheit. 630 Abgeordnete hat der Deutsche Bundestag. Die Zweidrittelmehrheit liegt bei 420 Stimmen. Die Große Koalition hat allein 502 Abgeordnete, wird also hier mit ihrer übergroßen Mehrheit dieses Gesetz beschließen können. Und diese Grundgesetzänderung, dafür braucht sie die Stimmen der Oppositionsfraktion nicht. Grüne und Linke hatten ja Enthaltungen beziehungsweise auch Gegenstimmen angekündigt aus gehörten Gründen. Ja, das Ganze wird einige Zeit hier in Anspruch nehmen. 4, 5 Minuten, dann geht es weiter hier mit einer Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo. Und-